Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten mit HK Hosting und mir Morpheus eurer Wenigkeit Und heute wollen wir uns eine eigene Foren Software installieren auf unserem Server, den wir mit Nginx schon eingerichtet haben Wir haben auch schon einen Mail Server, wir haben eigentlich alles was wir brauchen Und wir haben sogar HTTPS für unser Forum natürlich dann auch Und was ihr jetzt machen müsst ist einfach nur MyBB zu installieren Das ist eine Foren Software, die quasi für euch schon komplett fertig ist Ihr müsst sie nur noch runterladen, installieren und alles drum und dran Und das ist eigentlich absolut kein Problem Deswegen ja, guckt einfach mal zu und schaut, vielleicht wollt ihr ein eigenes Forum haben Wer weiß Okay, was wir als erstes brauchen ist natürlich MyBB hier einfach runterladen, die ZIP-Datei Was dann passiert ist folgendes, ihr habt hier eine ZIP-Datei Und die müsst ihr natürlich irgendwie entpacken Das heißt einfach rechtsklick drauf und hier entpacken und schon sind wir soweit Wir haben MyBB Wunderbar, jetzt haben wir hier eine Documentation, die muss euch eigentlich nicht wirklich interessieren Aber wir haben hier vor allem einen Upload-Ordner Der ist relevant für euch So, was ihr jetzt macht ist, ihr öffnet hier einen Terminal Und jetzt wollen wir das Ganze mit SCP übertragen in euren Server sozusagen rein Dazu habe ich einfach mal das Command von letztem Video Also hier einfach SSH User, wie man sich halt über SSH einwählt Damit ich nicht so viel tippen muss Und SCP, so und jetzt wollen wir natürlich hier alles kopieren SCP-All Nach User-Add, bla 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 Doppelpunkt So, wo wollen wir das Ganze Ding hinpacken jetzt Wir wollen es nach Home-User-Slash So, weiter Ähm, wissen wir gerade nicht Muss ich erstmal noch einen Folder erstellen Sowas wie MyBB Okay Also da wollen wir es dann rein kreieren Klar, das existiert noch nicht Ähm, das müssen wir jetzt noch machen Und dazu wählen wir es doch gerade mal ein Wir öffnen einfach noch einen Terminal Und sagen, hey, ich möchte mich hier einwählen Ähm Also auch wir werden hier wieder Admin-Rechte brauchen Weil wir noch was installieren müssen Und wir müssen Admin-Rechte vergeben An unseren, äh, an unsere Foren-Software Deswegen, ähm, ja, habe ich hier gerade mal mich als Root angemeldet Okay Ähm, was wir jetzt hier machen wollen ist Wir wollen ein neues Directory erstellen Make-Dear-MyBB Und wenn ihr jetzt gerade absolut nicht wisst, was ich da mache Dann solltet ihr euch entweder die anderen Server-Tutorials angucken Oder die Linux-Tutorials So, ähm, genau Make-Dear-MyBB Apropos Forum Wir haben übrigens auch ein Forum Von diesem wunderbaren YouTube-Kanal Falls ihr mich cool findet Oder falls ihr einfach die Community cool findet Was noch viel wahrscheinlicher ist Ähm, dann schaut mal vorbei Ihr findet das Ganze unter The-Morpheist.de Slash Forum Oder einfach, äh, so auf The-Morpheist.de Und dann aufs Forum-Link Immer in der Beschreibung Okay Make-Dear-MyBB Und jetzt wollen wir, dass der User, ähm, dieses Directory besitzt Denn ansonsten kann der Arme keine Dateien übertragen Was natürlich sehr schade wäre Ähm, deswegen sagen wir hier einfach mal Ch-Own, ähm, User und MyBB So, und jetzt gehört unserem User eben dieses Directory Wir können da Sachen hin übertragen Müssen kurz warten, bis alles fertig ist Und schon sind wir soweit Ähm, jetzt habe ich allerdings was vergessen Und zwar, wir müssen das Ganze rekursiv machen Was bedeutet rekursiv? Wir packen hier ein Minus-R hinten dran Das bedeutet, dass auch die Inhalte der Ordner mitkopiert werden Ähm, also dass auch rekursiv in alle Ordner reingegangen wird Und alle Dateien Also nicht nur das, was hier drin ist Also diese paar Dateien hier und die an der Seite Sondern auch das, was zum Beispiel im Ordner Admin drin ist Und in dem Unterordner Backups und so weiter und so fort Das wird auch alles mitkopiert Das brauchen wir natürlich, sonst haben wir Schwierigkeiten Okay, jetzt muss ich kurz gucken, wie weit wir sind Wir sind immer noch nicht weiter, ähm, ich pausier euch mal So, da sind wir durch Okay, was ist jetzt los? Jetzt gucken wir einfach mal in den Ordner myBB rein Und listen uns einfach mal alles auf Wir haben alles, was wir brauchen Okay, sehr gut Jetzt haben wir natürlich ein Problem Und zwar, dieses ganze Zeug soll natürlich gehostet werden Und nicht irgendwo in einem User-Directory verschimmeln Wo es keinem was bringt Wir wollen das Ganze also in unser Root-Hosting-Directory Wenn ihr ganz normal Nginx installiert habt So wie ich das gemacht habe Dann sollte das bei euch User-Share-Enginex-HTML sein Da sollte das ganze Zeug reinkommen Ähm, das heißt, was wir jetzt machen ist einfach Wir kopieren das Ganze Und zwar Copy All Ähm, von User-Share Äh, nach User-Share Achso, wir brauchen hier auch rekursives kopieren übrigens, sorry Ähm, genau Und zwar nach HTML Und ja, dann von mir aus noch nach Hm Ja, machen wir nach Forum Komm, warum nicht Okay, Forum gibt's noch nicht Müssen wir erstmal noch erstellen Make the User-Share-Enginex-HTML-Forum So, jetzt gibt's das Directory Jetzt können wir hinkopieren Alles da So, das ging schnell, ne Ähm, musste auch nicht übers Netzwerk übertragen werden Ihr seht, übertragen übers Netzwerk ist immer so eine Sache Okay Was ihr jetzt machen könnt oder machen müsst leider Ist File-Permissions Ähm, das Forum braucht, weil es eben relativ komplex ist zum Administrieren Ähm, und über eine Webseite geht Das heißt, ihr als Admin loggt euch da ein sozusagen Und ihr könnt dann Oder ihr müsst das Forum administrieren Das erste Mal tatsächlich unautorisiert Also ihr müsst auch installieren Ähm, das heißt Wir müssen als erstes mal dem Forum Rechte geben Und dazu gehen wir jetzt erstmal in den Ordner User-Share-Enginex-HTML-Forum So, hier müssen wir Rechte verteilen Und zwar brauchen wir, ähm, chmod666 hat nichts mit dem Teufel zu tun Absolut nichts, sondern mit Berechtigung Ähm, also alles, fast alles außer eben Also chmod bedeutet erstmal, ich setze neue Berechtigung 6 bedeutet dann, also erstmal für den Admin Dann für, äh, Benutzer und dann für Guests sozusagen Ähm, ich setze Rechte, wenn ich 4 setze Also, man kann hier eine Zahl von 0 bis 7 perfekt aufteilen Ähm, in 1, 2 und 4 Also jedes davon ist auf jeden Fall einzigartig Und wenn ich 4 drin hab Ähm, dann hab ich auf jeden Fall Ähm, 4 ist Read-Rechte, also Leserechte Klar, brauchen wir Während 2 Schreibrechte ist Und 1 ist Execute-Rechte Das heißt, sobald ihr eine ungerade Zahl habt Dann habt ihr Execute, also Ausführ-Rechte Und sobald ihr, ähm, eine 2 drin habt Habt ihr, ähm, ja genau Eben die anderen Rechte, also, äh, Lese, ne Schreibrechte Und bei einer 4 sind es Leserechte Okay, die verteilen wir jetzt auf Ink-Config-Punkt Ah, stopp, Moment Hab was vergessen Ähm, kommt noch kurz was davor Und zwar, wir müssen die Config-Datei Also, die, ähm, Datei in Ink, ups Ink-Config-Default.php Müssen wir umbenennen In ink-slash-Config-Punkt Ups PHP Ähm, warum müssen wir das machen? Keine Ahnung, weil die es so mitgeliefert haben Müssen wir halt machen Ist okay So, und jetzt müssen wir das leider nochmal eingeben Also, chmod 666-Ink-Config-Punkt-PHP Und worauf wollen wir das auch noch haben? Auf die Settings-Punkt-PHP So, die beiden Dateien brauchen, ähm, Lese- und Schreibrechte Während die anderen brauchen teilweise sogar Ausführrechte Also, chmod 777 Auf Cache Klar, brauchen wir irgendwie Auf Cache-Themes Auf Uploads Und auf Uploads-Avatars So, die brauchen alle, ähm, alle Rechte Also wirklich alle, alle Rechte Chmod 777 sollte man immer ein schlechtes Gefühl dabei haben Habe ich auch immer noch Aber, ja, braucht man leider hier Zumindest für die Installation Chmod 666 Auch für Ink-Slanguages Also, wenn wir mit anderen Sprachen hantieren wollen Müssen wir das machen English-Stern Also, alles was in diesem Unterordner ist Standard Sprache ist auf Englisch Punkt PHP Ähm, und auf Ink-Slanguages Slash-Englisch Slash-Admin Slash-Alles-Punkt-PHP Also, alle PHP-Dateien Okay, Achtung Nur chmod 666 Hier machen Die müsst ihr nicht unbedingt machen Aber es wäre ganz nützlich Und chmod 777 Wieder mal Auch wieder schlechtes Gefühl dabei Ups Eine 7 fehlt Okay Auf, ähm Ähm, auf Sekunde Admin Slash-Backups Okay So, jetzt haben wir eigentlich alles Ähm Was wir jetzt machen ist Wir wechseln in unserem Browser Und zwar In eurem Fall normalerweise Die Domain Was hier oben steht In meinem Fall ist es wie gesagt Nur unser Server Den wir für diese Tutorials benutzen Und unter Forum Jetzt müsst ihr kurz warten Äh, Quatsch Nicht unter Forum Sondern unter Forum Slash Install Okay Dass, wie wir hier gemerkt haben Schwierigkeiten gab Und irgendwelche Fehler Werde ich jetzt hier Tatsächlich nochmal, ähm Kurz was machen Und zwar habe ich erstmal Alles gelöscht Aus unserem Forums Folder Aus unserem, ähm User MyBB Folder Und, ja Jetzt werde ich einfach Die komplette, äh Zip Datei Hier übertragen Und hoffen Dass es mit der dann Besser klappt So, jetzt müssen wir die Natürlich noch extrahieren Wir melden uns erstmal Wieder am Server an So, ähm Okay Ich habe mich hier mal Als, äh Root User Wieder angemeldet Jetzt gehen wir in den Ordner MyBB Und dort finden wir Eine Zip Datei So, jetzt müssen wir die Irgendwie extrahieren Das machen wir Mit Unzip Und Jetzt haben wir eigentlich Nur die Möglichkeit Und schon sind wir soweit So, ähm Ja und jetzt sehen wir hier Wir haben einen Upload Ordner Und einen Documentation Ordner Jetzt gehen wir in den Upload Ordner Und von hier Kopieren wir jetzt alles rüber Jetzt sollte hier auch Glaube ich alles dabei sein Also uns hat tatsächlich Eine Datei gefehlt Jetzt kopieren wir das Ganze Einfach mal rüber Und im Prinzip Ist es genau das selbe Spiel Wie das Was wir gerade eben schon gemacht haben Deswegen überspringe ich das Jetzt gerade mal für euch So und dann landen wir Wundersamerweise Wenn wir den Install Ordner auf Oder einfach dieses Install aufrufen Landen wir auf dieser Seite Hier können wir tatsächlich Alles automatisch einrichten Und das machen wir jetzt mal zusammen Ähm Wir brauchen eigentlich hier Keine Statistiken senden Das ist eigentlich ganz nett Wenn man das macht Aber das Problem ist Wir werden dieses Forum Hier nicht benutzen Ich schmeiß das gleich wieder runter Das heißt es bringt Ihnen Nicht wirklich was Also wir klicken hier erstmal next Dann klicken wir hier wieder next Und ähm Ja hier sehen wir Wenn irgendwas rot ist Dann habt ihr diese ganzen Rechte Nicht richtig gesetzt Das ist schlecht Ähm Dann müsst ihr dann nochmal drüber gucken Ich habe alles gezeigt Das war dieses mit dem ch-Mod Ähm Haben wir auch relativ lange drüber geredet So einfach auf next So und was wir jetzt hier haben Ist ähm Database Username Database Passwort Ähm Das einfach mal so einrichten Wie ihr das habt Also wahrscheinlich hier dann irgendwie Root bei euch oder sowas Oder eben den Benutzernamen Den ihr einrichten werdet Ähm Wie das mit dem Einrichten Von Benutzernamen geht Habe ich in meinen SQL Tutorials Git zeigt Und wir werden jetzt hier Ja wir haben hier gerade Keinen anderen als Root Deswegen werde ich hier Root benutzen Wie gesagt man sollte eigentlich Nicht Root benutzen Wie man aber neue Benutzer einrichtet Zeige ich in der SQL Ähm Liste Ähm Playliste Und ja Database Name Ist einfach der Name Den ihr hier tatsächlich Ähm Benutzen wollt Ähm Könnt ihr zum Beispiel Meine Forums Datenbank nennen Das so heißt dann später Die Datenbank Die ihr auch backupen müsst Und Table Prefix Äh ja gut MyBB Bodenstrich Ist in Ordnung Ähm Next So Ach ja richtig Wir müssen diese Datenbank Selbst kreieren Also in unserem Ähm Ja in unserem wunderbaren Hier drin müssen wir Also im Terminal müssen wir Tatsächlich noch eine Datenbank Anlegen Das könnt ihr machen Das könnt ihr machen indem wir hier sagen MySQL Und wir wollen eine ähm Command Line sozusagen Von MySQL Deswegen sagen wir Welcher User soll sich anmelden Minus U Root User Und dann wollen wir uns mit Passwort anmelden So und jetzt sind wir drin Jetzt können wir hier quasi MySQL ähm Befehle ausführen Das ist auch der Punkt Wo ihr dann den Nutzernamen anlegt Mit einem Passwort Wir haben jetzt hier bequemerweise Einfach mal Root genommen Und jetzt müssen wir hier aber noch Die Datenbank anlegen Das machen wir indem wir einfach sagen Hey wir wollen eine Datenbank Also Create Database Und jetzt den Datenbankname Ähm wir haben sie im Oh mein Forums Datenbank Ne das ist natürlich nicht korrekt Den kopieren wir einfach mal So und ein Semikolon hinten dran Bam fertig Okay next So und jetzt sehen wir hier Was alles angelegt wurde Ist uns eigentlich egal Table Population Eigentlich auch okay Ähm ja next So ähm okay Forum Name Hier könnt ihr den Namen Von eurem Forum einrichten Ähm ja im Prinzip egal Dann hier eure Webseite Welche Webseiten URL ihr habt Könnt ihr alles einrichten Wie ihr wollt Ich lasse das einfach mal hier gerade so Ähm stehen Okay hier eine Kontakt E-Mail Sollte man angeben Aber ja einfach mal auf next gehen So admin Jetzt hier Benutzername und Passwort Wir nehmen jetzt hier einfach mal admin Und ein Passwort Ha So und eine E-Mail Adresse Lassen wir jetzt gerade mal frei Okay muss ich machen Verdammt Okay next So jetzt haben wir alles gemacht Jetzt ist ganz ganz wichtig Das ihr diesen Install Ordner wieder löschen müsst Ähm das heißt Ähm ja wir gehen wieder zurück in unsere Command Line Die da Gehen aus MySQL raus mit Exit Und jetzt müssen wir den Install Ordner wieder komplett löschen Also remove minus R Damit wir auch die Unterdateien löschen können Inklusive Ordner oben drüber Und zwar den Install Ordner Install So und jetzt ist er weg Jetzt habt ihr keinen Install Ordner mehr Aber dafür könnt ihr das Forum Erreichen Wunderbar Ihr seid auf eurem Forum Das Forum ist aktuell offen Und so sieht das Ganze als Admin aus Für die Leute die es noch nie gemacht haben Ähm ein User ist aktiv Nämlich Admin Und hier könnt ihr dann ins Admin CP wechseln Hier könnt ihr euren Benutzernamen eingeben Also Admin Und euer Passwort Und schon seid ihr drin So und hier könnt ihr jetzt tatsächlich alles administrieren Das werden wir jetzt hier nicht machen Wenn ihr noch mehr machen wollt Also ich werde noch ein Video zeigen Wie man Plugins installieren kann für MyBB Aber ansonsten Wenn ihr noch Wünsche habt zu MyBB Dann schreibt mir einen Kommentar Schreibt mir eine Nachricht Ich bin auf so vielen Kanälen mittlerweile erreichbar Facebook, YouTube YouTube Nachrichten Forum, E-Mail und so weiter und so fort Also ihr könnt mir auf jeden Fall irgendwie schreiben Ähm genau Und das ist die Installation von MyBB Ich hoffe es hat euch gefallen Und ja wir hören uns beim nächsten Mal Bis dann Ciao